Was kommt, was bleibt und was ist die Modesünde Nummer 1 diesen Sommer? Die Fashion Weeks in der Salzburger Altstadt geben von 19. bis 25. April ausführlich Antwort auf diese Fragen. Lassen Sie sich modisch inspirieren bei Modenschauen im Fashion Pavilion am Mozartplatz am Freitag den 19. und Samstag den 20. April. Salzburger Modegeschäfte, die Modeschule Hallein und Markus Spazier, Designer der Manufaktur Herzblut, bringen frischen Wind auf den Laufsteg. Geführte Fashion Tours zu Themen wie Tracht in Pracht und High Fashion sowie andere Highlights warten zudem auf alle Modebegeisterten. Am Donnerstag den 25. April kann man bei der langen Shoppingnacht bis 22 Uhr nicht nur ausgiebig einkaufen, sondern sich in den zahlreichen Beauty Stores auch richtig verwöhnen lassen. Über 130 teilnehmende Betriebe halten ihre Geschäfte geöffnet und Livebands in den Straßen und Gassen der Altstadt sorgen für das richtige Sommerfeeling. Das ganze Programm der Fashion Weeks Altstadt Salzburg gibt's auf www.salzburg-altstadt.at Am Freitag den 19.04. um 18 Uhr präsentiert Misk Fashion am Mozartplatz im Rahmen der Fashion Weeks die Trends für Frühjahr-Sommer 2013. Lassen Sie sich inspirieren und genießen Sie die Farben des Sommers. Von leicht gedämpften Cappuccino über Creme zu leuchtend frischen Tönen in Flamingo bis Indigo erreicht das heurige Spektrum und lässt sie in ganz besonderem Licht erstrahlen. Aufwendige Prints wie Pfauen oder Ozeandrucke und verschwommene Blumenaquarelle geben schlichten Jerseykleidern die besondere Note.